Justin Chambers ist wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. Der Grey's Anatomy-Star lebt sonst eher zurückgezogen, umso spannender ihn bei einer Shoppingpause in Los Angeles zu entdecken. In dunkelbrauner Wildlederjacke, schwarzem Shirt und hellblauen Jeans macht er eine gute Figur. Mit Sonnenbrille und gemustertem Halstuch peppt er sein Outfit auf. An seinem rechten Ringfinger glänzt ein großer, goldener Ring. Im Frühling spricht Justin offen über seine Familie. Seit 1993 ist er mit Keisha Chambers verheiratet. Sie haben fünf Kinder, vier Töchter und einen Sohn. Gegenüber People gesteht er, dass seine Töchter alle klüger sind als er. Ich bin beeindruckt, wie intelligent und interessiert sie sind. Vor allem bin ich froh, dass sie so freundlich sind, schwärmt er. Seine älteste Tochter wird dieses Jahr 30. Ein Meilenstein für ihn. Die Rolle des Alex Kareff in Grey's Anatomy war sein großer Durchbruch. 15 Jahre lang begeistert er die Zuschauer an der Seite von Alan Pompeo, Chandra Wilson und Sandra Oh. Dann steigt er mitten in Staffel 16 plötzlich aus. Für viele Fans überraschend müssen die Produzenten vieles umschreiben. Ein Jahr später erklärt Justin in How to Save a Life – The Inside Story of Grey's Anatomy die Gründe. Für mich war es wie Fabrikarbeit im Schauspielbereich. Man stempelt ein und stempelt aus, beschreibt er. Man besser beidesgültig, dass sie älteste sind.